Hi liebe Leute, ich bin Andreas. Hallo ihr Tanzfitis, wie geht's euch? Ob alles fit? Heute ist Sonntag, Kurs nach 11 Uhr. Ich bin mit meinem ausgemieteten E-Bike unterwegs. Wie ihr sehen könnt, das hat Unterstützung bis zu 25 kmh. Wenn man den Modus aktiviert, dann werden wir noch schützt. Das war fahrend sinnvoll bei einem Berghochfährten. Über die Berge, dann müssen wir nicht mehr mit treten. Ich habe schon gemerkt, dass es trotzdem anstrengt, weil das Fahrrad nicht 20 kg. Das fand ich heftig. Ja, und ich werde wahrscheinlich heute so bis ca. 14, 15 Uhr fahren. Mal gucken, also ca. 5 Stunden. Wie gedacht, so eine Rundfahrt durch Sauerland hier. Da werde ich alle Ecken runter heute hoch fahren, so die ich bisher nicht geschafft habe. Da bin ich zum Beispiel jetzt den Wilsenberg hoch. Der ist da, wenn man den Berg hoch fährt. Da werde ich auch noch ein Video drehen. Ja. 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 Ich will es gleich um ganz vieles. Das krieg ich nicht mal jetzt. Das krieg ich nicht mal. Hallo? Hallo? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020